Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Bernhard Czimek, die Tierwelt. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge 63 vorbildhafte deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und ihrer Arbeit. Hier die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dr. Hans-Jürgen Alexi Bernhard Czimek, die Tierwelt, zunächst zur Biografie Bernhard Clemens Maria Hofbauer Pius Czimek, also eine sehr katholische Familie, wurde am 24. April 1909 in Neiße in Niederschlesien geboren und starb am 13. März 1987 in Frankfurt am Main mit 78 Jahren. Bernhard Czimek wurde als jüngstes Kind des Rechtsanwaltes Paul Franz Czimek und seiner zweiten Ehefrau Margarete, geborene Wanke, in Schlesien geboren. Er hatte fünf Geschwister. Bernhard Czimek heiratete noch als Student 1930 Hildegard Prüfer. Mit dieser hatte er zwei Söhne und den Adoptivsohn Thomas. 1973 wurde diese Ehe geschieden. 1978 heiratete er seine Schwiegertochter Erika, geborene Schof, die Witwe seines Sohnes Michael und adoptierte deren Kinder. Aus einer außerehelichen Beziehung gingen zwei weitere Kinder hervor. Nach dem Abitur 1928 studierte Bernhard Czimek Veterinärmedizin in Leipzig und in Berlin mit Staatsexamen und Promotion 1933. Zunächst war er Sachverständiger im preußischen Landwirtschaftsministerium und dann Regierungsrat bis 1945 im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dort war er erfolgreich tätig in der Bekämpfung von Tierseuchen und in der Verbesserung der Lagerung von Hühnereiern, wodurch die Ausschussquote ganz erheblich gesenkt wurde und von ihm die Voraussetzungen für eine Kühlhauslagerung der Eier geschaffen wurden. Hier im Bild das damals bekannte Eierbuch von ihm. Daneben arbeitete er bereits wissenschaftlich an verhaltenskundlichen Themen. Die Verhaltenskunde bei Tieren war damals eine junge, spannende Wissenschaft. Im Zweiten Weltkrieg war Bernhard Czimek Veterinär in der Wehrmacht, jedoch überwiegend dem Reichsernährungsministerium in Berlin zugeordnet. Er war von 1933 bis 1935 Mitglied der SA und seit 1937 Mitglied der NSDAP. Dennoch unterstützte er nachweislich verfolgte und versorgte wiederholt versteckte Juden mit Lebensmitteln. Anfang 1945 kam er deshalb einer Durchsuchung seiner Wohnung durch die Gestapo zuvor und flüchtete nach Detmold und Frankfurt am Main. Er baute dann den im Krieg völlig zerstörten Zoo in Frankfurt, dessen Schließung bereits geplant war, wieder auf und erreichte durch zahlreiche volkstümliche Veranstaltungen eine Verdoppelung der Besucherzahlen. Bis zur Pensionierung 1974 blieb er Direktor des Frankfurter Zoos. Hier im Bild ist zu sehen der Haupteingang des Frankfurter Zoos in dem sogenannten Gesellschaftshaus, das bereits in der Kaiserzeit errichtet worden war für Feste und Tanzveranstaltungen und 1990 schön renoviert wurde. Professor Bernhard Czimek war Beauftragter der Bundesregierung für den Naturschutz. 1975 gründete er, zusammen mit Horst Stern und 19 anderen, den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Bis zu seinem Tod war er auch Präsident der renommierten Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. 1954 gründete er mit seinem Sohn Michael zusammen die Okapia KG, eine bis heute erfolgreiche Naturbildagentur. Durch seine Reisen nach Afrika lernte er die Bedrohung der Tierwelt durch die Jagd und die Zerstörung der Lebensräume durch den Siedlungsdruck kennen. Zeitlebens engagierte er sich für den Erhalt der Natur und der Tierwelt in Deutschland und der Welt. Bernhard Czimek lernte, zusammen mit seinem Sohn Michael, fliegen und 1956 entstanden das Buch und der Film »Kein Platz für wilde Tiere«. 1959 drehten beide den Film »Serengeti darf nicht sterben«, der als erster deutscher Film mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Der Film trug zur Neugliederung und zum Erhalt des Serengeti-Nationalparks bei. Die Erfolge sind teuer erkauft. Der Sohn Michael starb bei den Dreharbeiten 1959 in Tansania durch einen Flugzeugabsturz nach Vogelschlag. Das ist der Nachbau des Flugzeugs Dornier 27, ausgestellt im Frankfurter Zoo, mit dem die beiden Czimeks die Massentierwanderungen in der Serengeti aus der Luft beobachteten und auszählten. Und mit einem solchen Flugzeug ist Michael Czimek 1959 tödlich verunglückt. Später wandte sich Professor Czimek öffentlich wiederholt gegen die Massentierhaltung, insbesondere von Hühnern, sowie gegen die Trophäenjagd und das Tragen von Pelzen. Legendär wurden seine regelmäßigen Fernsehsendungen seit 1956, bei denen fast die ganze Nation vor dem Fernseher saß und von denen 175 Folgen in Jahrzehnten ausgestrahlt wurden. Hierbei kletterte regelmäßig ein mitgebrachtes Tier aus dem Frankfurter Zoo auf ihm herum. Zwischen 1967 und 1974 gab er die umfassende Enzyklopädie Czimeks Tierleben in 13 Bänden mit zahlreichen namhaften Autoren heraus. Das war der legitime Nachfolger von Brems Tierleben. 1987 starb Bernhard Czimek friedlich als Zuschauer im Alter von 78 Jahren während einer Tiger-Vorführung im Zirkus Althoff. Seine Urne wurde nach Tansania überführt und neben seinem Sohn Michael im Gorongoro-Krater beigesetzt. Zum Werk von Professor Czimek und seiner Wirkung Prof. Bernhard Czimek machte den Naturschutz und das Mitgefühl mit Tieren in Deutschland populär wie kein anderer. Seine Naturfilme und Fernsehsendungen setzten Maßstäbe. Hier ein Blick in seinen Nationalpark, den Serengeti-Nationalpark in Ostafrika. 100 Jahre nach Alfred Brehm, siehe dort, gab er eine neue umfassende Tier-Enzyklopädie heraus. Abschließendes zum Werk von Bernhard Czimek und seiner Wirkung. In Afrika erreichte er in diplomatischen Verhandlungen mit den dortigen Regierungen und Verbänden viel für die Tierwelt. Durch wissenschaftliche Beobachtungen und die Vermessung von Wanderwegen optimierte er den Zuschnitt und förderte den Erhalt von Schutzgebieten wie hier im Serengeti Mara Nationalpark. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Unsere deutschen Vorfahren können uns anspornend sein. Sie haben sich, wie in diesem Falle, mitfühlend und weitsichtig gezeigt. Dr. Hans-Jürgen Alexey